Glanzvolle Oberflächen, produziert bei Bulltaub in Eich. Die Farbpalette der Brillant- oder Mattlacke ist breit gefächert. Neben speziellen Bulltaub-Farben können unsere Kunden auch unter allen Farben der NCS-Farbpalette wählen. Alle Lackoberflächen produzieren wir nahezu unter Reinraumbedingungen. Dreimal werden alle Flächen und Kanten lackiert und entsprechend zwischengeschliffen. Eine perfekte Symbiose aus Technik und Handwerk. Für Brillant-Lacke polieren wir alle Flächen und Kanten auf Hochglanz. Vorder- und Rückseite in gleichem Maße. Eine effektvolle Tiefenglanzwirkung ist das Ergebnis. Die finale Politur der Kanten erfolgt manuell. Auch die Flächen werden nochmals perfektioniert. Bis zu einer Stunde maschineller und handwerklicher Arbeit stecken hinter einem lackierten Teil. Dann ist die hochglänzende Oberfläche perfekt. Anhaltung des Kanten der 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 K